Ich freue mich, dass wir unser Bibelstudium über die Haushalterschaft fortsetzen können. Und wir haben heute den Titel, ich sehe, ich will, ich nehme. Wir wollen uns erinnern, dass es Voraussetzungen gibt für einen Haushalter. Ein Haushalter kann nur verwalten das Eigentum eines anderen. Das macht deutlich, das eigenes Gut kann man nicht verwalten. Und das macht dann die Voraussetzung klar, ein Haushalter kann kein eigenes Gut besitzen. Er ist ja nur Haushalter. Wir haben die Bibeltexte letztes Mal gelesen aus Lukas 14, ab Vers 26. Und ich denke, sie werden uns so begleiten durch dieses Studium. Am Ende dort steht in Vers 33, Also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absaget allem, das er hat. Das heißt, derjenige, der nicht versteht, dass ihm nichts besitzt, dass er nur Haushalter ist, der nimmt, um zu geben, der kann nie ein jünger Jesus sein. Er kann nie ein Haushalter sein, weil er wird nicht für seinen Herrn arbeiten, sondern für sich, er lebt in einem Irrtum und weiß nicht, dass ein Haushalter nur das verarbeiten kann, nur das verwalten kann, was nicht sein Gut ist. Für uns Menschen ist das eines der schwierigsten, schwierigsten Erkenntnisse, dass wir nichts besitzen und nie etwas besitzen können. Dass wir immer nur Dinge benutzen und umsetzen, aber sie gehören uns nicht. Ob es das Leben ist, ob es unser Körper ist, ob es all das ist, was wir jeden Tag nutzen und verwalten, es gehört uns nicht. Ein Haushalter muss die Fähigkeit haben, seine Aufgabe auszuführen und er muss auch die Fähigkeit haben, sie zu verantworten gegenüber dem Eigentümer. Wir wollen uns nochmal erinnern, dass in unserem Herzen alle Eindrücke in drei Bereiche sortiert werden. Hier haben wir den Körper in der Hirnrinde, den Geist, das Unterbewusstsein zwischen den zwei schwarzen Linien. Wir haben hier unsere fünf Sinne, die von unserem Körper an unseren Geist kommen, das Sehen, das Hören, das Fühlen, das Riechen, das Schmecken und wir wissen, dass alles, was auf uns zukommt über unsere fünf Sinne, wir in Gewinn, Indifferenz und Verlust einordnen müssen. Dabei sind wir so gemacht, dass wir immer nach dem Gewinn streben müssen. Der Gewinn ist das, was wir wollen. Der Gewinn ist das, was wir müssen haben und der Verlust ist das, was wir vermeiden müssen. Das Streben nach Gewinn kann nie etwas Falsches sein. Es kommt nur darauf an, wie ich diesen Gewinn erzielen möchte. Gott hat uns so ausgestattet, dass wir das Schöne, was wir sehen, als ein Gewinn sehen. Wenn das Wetter schön ist, sind die Menschen das als ein Gewinn und freuen sich. Wenn sie eine schöne Musik hören, dann freuen sie sich, weil sie denken, das ist ein Gewinn. Wenn sie sich wohlfühlen, ist das ein Gewinn und wenn sie sich nicht wohlfühlen, ist das ein Verlust, was sie gut riechen. Und Gott hat uns ja deshalb das Riechvermögen gegeben, dass wir schöne Düfte riechen. Und schöne Düfte sind nicht billig, sie sind teuer. Wieso kann man teure Düfte verkaufen, so ein kleines Fläschchen, es ist nichts drin oder nicht viel drin und es kostet einen Haufen Geld. Wieso kann man das überhaupt zu den Leuten bringen? Die Leute können doch sagen, warum sollte ich so viel Geld ausgeben, es ist ein Verlust für so ein bisschen wohlriechenden Geruch. Aber Gott hat uns gemacht, dass wir wohlriechen. Meine Frau, wenn sie sieht, wenn ich mich morgens nach dem Rasieren mein Parfüm auftrage, dann sagt sie immer, stopp, 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 es ist zu viel. Sie meint, ich tue zu viel, aber ich habe den Wunsch, gut zu riechen. Hat irgendjemand von uns den Wunsch, nicht gut zu riechen? Das heißt, in uns hineingelegt. Wir wollen gut riechen. Deshalb kann man uns mit dem teuren Parfüm locken, damit wir es kaufen, sonst würden wir es ja nie kaufen. Weil wir wollen wohl riechen, das ist von Gott gegeben oder gut schmecken. Wir sind gemacht, dass wir mit unserem Geist den Geschmack der Früchte, all dessen, was wir im Mund tun, riechen, unschmecken und kombiniert davon, freut sich der Geist und sagt, ist das was Feines? Und wenn es nicht was Feines ist, dann ist es ein Verlust. Dann spuckt er es aus oder esst es nicht mehr. Wir sind gemacht, dass wir das, was wir sehen, wenn es schön ist, begehren und wollen. Es ist keine Sonde, das Gute zu wollen, weil wir sind fürs Gute gemacht. Das Problem ist nur, wie wir das erfüllt bekommen, wie wir das erfüllt denken, es passiert. Da ich ja durch Gottes Gnade und durch die Aufgabe, die ich habe, viel unterwegs bin und viel fliege, so ist es doch mein Bedürfnis und wenn es dann ein Weiterflug ist und ich muss durch die Businessklasse durchlaufen, bis ich zu meinem Platz komme, wenn man vorne einsteigt, dann denkt man doch mit einer gewissen Lust, mit einer gewissen, ja, man denkt sogar, man will doch auch hier in diesem geräumigen Sitz sitzen. Da nach hinten zu gehen, wo die Economy Class ist, da will man doch nicht sitzen. Man muss aber dort sitzen, weil man hat ja nicht das Geld, sich das zu leisten. Das heißt, der Luxus ist ein Bedürfnis. Wenn er kein Bedürfnis wäre, könnte niemand ihn verkaufen. Gott hat uns nicht für die Economy Class gemacht. Er hat uns vielleicht für die Business, aber wenn es möglich wäre, dass wir in der First Class, dem schönen Ledesessel, all das, was so luxuriös ausgestattet ist, ich war noch nie in der First Class drin, aber man bekommt so seine Reklame und dann schaut man sich das an, wie auf Video, wie diese First Class ausgestattet ist und dann denkt man, mei, das wäre doch schön, mal so zu fliegen, aber da kosten zehn Stunden Flug 5000 Euro. Die könnte man nicht verkaufen, wenn wir nicht gemacht worden wären, dass wir sehen, wollen und nehmen. Wir sind sogar ausgebaut. Gott hat uns so gemacht. Kein Mensch kann mit Dreck gewonnen werden, dass er etwas nimmt. Der Mensch kann nur gewonnen werden mit dem Luxus, mit dem, was dem Auge gefällt. Ihr wisst, der Simpson, der Mann, der auserwählt worden war von Gott, ein Richter zu sein in Israel und er geht zu den Philistern über, er sollte ja die Israeliten aus der Knechtschaft der Philistern befreien und er sieht dort ein Mädchen und er sagt seinen Eltern, ich will sie, sie gefällt meinen Augen. Er wusste nicht, dass das nicht gut ist, aber Gott hat uns so gemacht, dass wir das Schöne lieben. Eine Frau, wenn sie nicht schön ist, ist sie für einen Mann nicht attraktiv. Und deshalb lässt sie der Mann dann liegen, wenn sie nicht mehr attraktiv ist oder alt wird. Der Mann braucht was Schönes. Er ist gemacht, dass er etwas Schönes anschaut. Wir sind nicht gemacht für das Hässliche. Deshalb ist es schön, dass wir versuchen zu verstehen, wie Versuchung nur laufen kann. Die Bibel sagt hier, der Jakobus sagt in Kapitel 1, Jakobus, Vers 13 und 14, Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Das heißt, Gott hat keine Bedürfnisse, deshalb muss er nichts in Gewinn und Verlust hineinsetzen. Gott ist völlig unabhängig. Er kann gewinnen und er kann verlieren. Für ihn ist all das, was um ihn herum ist, nicht von ihm abhängig. Nicht, er ist von ihm, von der Sache nicht abhängig. Deshalb kann er nicht versucht werden. Sondern jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde, aber wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. So, lasst uns das klar machen. Wir werden versucht. Der Simson wurde versucht. Aber er wurde versucht von einem Bedürfnis, das er hatte. Und so werden wir schauen, wenn auch Adam und Eva versucht worden sind. Aber bevor wir zu dieser Versuchung kommen, lasst uns sehen, dass wir wurden gemacht, dass wir nur zwei Entscheidungen haben, dass wir dem Gewinn immer nachstreben. Und das Gewinn ist der Luxus. Das Gewinn ist das Schöne. Und dafür haben wir ein Ja. Wenn ich zu wählen hätte, wenn ich ins Flugzeug steige, in welche Klasse ich mich setze, es ist doch selbstverständlich, dass ich mich in die luxuriöseste Klasse setzen würde und den besten ganz vorne Sitz wählen würde. Weil so bin ich gemacht. Ich sehe, es gefällt mir und ich nehme es. Gott hat alles da für uns gemacht, dass es uns gefällt. Wir haben kein einziges Bedürfnis, was nicht gefällt. So, jetzt ist Verlust das, was ich vermeiden muss. Weil es bringt mir ja nicht den erwarteten Gewinn, für den ich gemacht worden bin. Es bringt mir nicht, der Luxus bringt mir nicht die Befriedigung. Deshalb habe ich dafür ein Nein. Dass ich mich steuern kann, dass ich mich selbst verwalten kann, haben wir letztes Mal gesehen. So, das Wie jedoch wurde vom Schöpfer festgelegt. Ich kann Gewinn nur erreichen durch Geben. Das heißt, wenn ich gebe, gewinne ich. Wir haben das letzte Mal gesehen. Und wenn ich nicht gebe, behalte, dann verliere ich. Das ist festgesetzt vom Schöpfer. Und jetzt schauen wir die Versuchung Adams und Evers an. Und wir lesen dafür die Texte aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, Abvers 1. Und die Schlange war listiger, denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weib oder zur Frau, Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, Esst nicht davon, rührt es auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, Ihr werdet mitnichten des Todes sterben, sondern Gott weiß, Gott weiß, dass welches Tages ihr davon esst, so werden eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und lieblich anzusehen, da es ein lustiger Baum wäre. Das heißt, der Baum hat Lust gemacht. Gott hat nichts gemacht, was nicht Lust macht. Gott hat das alles gemacht, dass man es sieht und will und nimmt. Aber hat diesen einen Baum gemacht, gleich wahrscheinlich wie die anderen Bäume. Ich denke nicht, dass er eine höhere Attraktion hatte wie andere. Aber wie es halt nun mal ist, der Geist des Menschen ist neugierig. Und wenn du sie alle schon gekostet hast, vielleicht die Bäume im Garten, machst du ein, dieser steht noch aus auf meiner Liste. Frage mich, wie er schmeckt, weil so wie er anzusehen ist, ist lustig. Es ist, es macht Lust, es macht, ist anziehend, weil er klug machte und nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon und er aß. So, Gott hat den Menschen in ein Feld gesetzt, in ein Umfeld, das ist wunderbar, rein und sauber. Aber weil es schon die Auseinandersetzung gab zwischen Gut und Böse, hat er ihm einen Baum hingesetzt, wo er gesagt hat, diese Frucht ist verflucht. Wenn du isst es davon, stirbst du. Und da Gott ja gemacht hat, klar, dass das, was er da in den Garten gesetzt hat, für alle Sinne zur Befriedigung war und als Gewinn, so hat er gesagt, isst nicht von dem einen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Nicht essen ist Gewinn. Wenn du isst, isst es Verlust. Und da ja Gott den Menschen ihm Vertrauen auf ihn gemacht hatte, war für Adam und Eva klar, sie werden von diesem Baum nicht essen, weil es ist entgegen ihrer Neigung. Es ist Verlust von diesem Baum zu essen. Es gibt keine Attraktivität von einem Baum zu essen, der giftig ist und der dich tötet, wenn du isst davon. auch wenn es schön anzusehen wäre, ich glaube nicht, dass irgendjemand, wenn er einen Strauch sieht oder einen Baum mit einer giftigen Frucht oder mit giftigen Beeren, dass er sagt, die sehen aber lustig aus, die will ich ja nachher, weil die machen klug. Jeder wird nicht essen davon, egal wie hungrig und wie groß sein Appetit ist, weil er weiß, das Essen davon ist ein Verlust. Und so konnte auch Adam und Eva nicht essen von diesem Baum, weil sie wussten, er ist Verlust. Die wussten, er ist Verlust. Da geht keiner hin und sagt ja, sondern er sagt nein, ich bleibe dort, wo ich bin. Ich werde von diesem Baum nicht essen. Ich habe ja genug andere zu essen. Aber jetzt kommt die Schlange, jetzt kommt Lucifer als Schlange verkleidet. Ist ja nicht so, dass die Schlange listiger gewesen wäre. Nein, Lucifer hat sie nur genutzt als Medium, um mit der Eva zu sprechen. Und es war ja wohl nichts Außergewöhnliches, dass ein Tier spricht, weil die Menschen kannten die Tiere, konnten mit ihnen sprechen, sie konnten mit ihnen kommunizieren. Sie hatten ihnen ja Namen gegeben, auf diesen Namen gehorchten die Tiere. Und jetzt ist die Schlange hier und spricht mit der Eva und sagt, Eva, komm näher. Dieser Baum macht klug. Schau, ich esse von dieser Frucht. Dieser Baum macht klug und er wird dich so machen wie Gott. Gott weiß, dass des Tages, davon ihr essen werdet, so werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Ist Eva, weil Gott enthält dir einen Gewinn vor. Er tut dich in die Economy klarsitzen, während du für die Luxusklasse gemacht worden bist. Das ist die Verführung zum Zweifel in das Vertrauen auf Gott. das ist die Versuchung und wir wissen, nur im Vertrauen können wir fallen. Gott weiß, Eva, er enthält dir vor, wofür er dich letztendlich gemacht hat. Er tut dich in die Economy Klasse setzen anstelle in die Luxusklasse. Also, dein Bedürfnis ist doch die Luxusklasse. Ja, das Bedürfnis ist die Luxusklasse. Und Gott hat den Menschen nicht in die Economy Klasse gesetzt, er hat ihn in die Luxusklasse gesetzt, aber jetzt kommt der Böse und sagt, es ist umgekehrt. Hier ist jetzt die Versuchung und hier möchte ich, dass wir es verstehen, wie der Mensch nur zu Fall kommen konnte. Hier ist der Mensch Adam oder Eva und hier hat Gott ihn gemacht mit Geist und Körper und im Geist hat Gott ihm gemacht das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, Wahrheit, Freiheit, Sicherheit, Frieden, Wohlbefinden, Kenntnis, Freude und so weiter. Und er hat ihn so gemacht, dass der Mensch das auch braucht. Der Mensch braucht Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit, Freiheit, Sicherheit, Erkenntnis, Wohlbefinden und Freude. Nicht tausendfache Sachen, die der Mensch alles im Geiste braucht. Und Gott hat es so gemacht, dass der Mensch die Bedürfnisse ja nicht hat, dass er sie von außen holt. Er soll also nach dem Gesetz Gottes auf Gott vertrauen und von ihm nehmen, alle diese Bedürfnisse. und indem er sie gibt, wird er erfüllen, den Gewinn. Und damit würde der Körper den elektrischen Strom bekommen und alles würde super laufen. Er hat aber auch den Körper abhängig gemacht von der Erde, von den Bäumen, von den Früchten zu essen. Und der Mensch sollte nehmen, um sie zu geben, seinem Körper. Und damit sollte er den Zweck seiner Schöpfung erfüllen, nämlich Verwalter sein. Verwalter des Gutes Gottes. Der einzige Link zum Himmel war vom Menschen abhängig. Und damit sollte der Mensch und die Erde ewig leben, ewig vorwärts gehen in diesem Kreislauf, in den Gott hineingesetzt hatte. Jetzt, wenn die Schlange kommt am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, dann kann sie nicht den Menschen verführen mit etwas anderem, was der Mensch braucht. Wäre der Mensch ohne Bedürfnisse, wäre er auch nicht verführbar. Man könnte ihn mit nichts verführen. Aber der Mensch hat Bedürfnisse. Und alle seine Bedürfnisse sind gute Bedürfnisse. Deshalb, wie kann es sein, dass er dennoch auf die Schlange reinfällt? Er kann auf die Schlange nur reinfallen, wenn die Schlange ihm etwas anbietet, das, wie sein Bedürfnis aussieht, aber nicht sein Bedürfnis ist. Das heißt, er bietet der Eva die Business-Klasse an oder die Luxus-Klasse, um der Eva weiß zu machen, sie sitzt in der Economy-Klasse. Das heißt, er will ihr etwas anbieten und er kommt natürlich zu Eva nicht mit der Wahrheit, er kommt auch nicht mit der Gerechtigkeit, die ihr Bedürfnis ist, er kommt auch nicht ihr die Freiheit zu geben, sondern bietet Gefangenschaft an, er kommt auch nicht Sicherheit zu geben, sondern alles, was er hat, ist Unsicherheit, er kommt auch nicht Frieden zu bringen, sondern Krieg, er kommt auch nicht Wohlsein zu bringen, sondern Unwohlsein, er kommt auch nicht Erkenntnis zu bringen, sondern Unkenntnis. Die Eva möchte ein Erkenntnis haben, die Gott gesagt hat, die ist von einem Fluch behaftet. Diese Erkenntnis wird dich töten, Eva, deshalb geh nicht zum Baum, diese Erkenntnis ist nicht das, was du brauchst, sie wird dich nicht befriedigen. Ich möchte lesen aus diesem Buch, aus dem ich viel gelernt habe, in den Fußspuren des großen Arztes und hier ist auf Seite 433 in dieser alten Ausgabe, es ist das Kapitel die Gefahr spekulative Weisheit und sie sagt, unsere ersten Eltern wurden zur Sünde verführt, da sie einem Verlangen nachgaben, etwas zu wissen, das Gott ihnen vorenthalten hatte. Indem sie nach solcher Erkenntnis suchten, verloren sie alles, was des Besitzes wert war. Wenn Adam und Eva niemals den verbotenen Baum berührt hätten, so würde Gott ihnen Erkenntnis mitgeteilt haben, aber nicht eine Erkenntnis, auf welche der Fluch der Sünde ruhte, sondern eine Erkenntnis, welche ihnen dauernde Freude gebracht hatte. Alles, was sie gewannen, indem sie auf den Versucher hörten, war die Bekanntschaft mit der Sünde und ihren Volken. Durch ihren Ungehorsam wurde die Menschheit Gott entfremdet und die Erde wurde vom Himmel getrennt, weil der Mensch die einzige Link war. Er ist der einzige Verwalter, der für das Leben dieser Erde zuständig gemacht wurde. Dies sollte uns zur Lehre dienen. Das Gebiet, auf welches Satan unsere ersten Eltern führte, ist dasselbe, auf das er die Menschen heutzutage lockt. Er überflutet die Welt mit angenehmen Fabeln, weil er weiß, nur das Angenehme wird uns da sein, mit schönen Bildern, mit aller List, die ihm zu Gebote steht, versucht er die Menschen in Bezug auf Gott, sich Grübeleien hinzugeben. Dadurch sucht er sie davon abzuhalten, diejenige Erkenntnis Gottes zu erlangen, welche heil ist. Eines dieser verführerischen Dinge, die der Böse dem Menschen bringt, ist, er will ihm etwas anbieten, was so aussieht wie sein Bedürfnis, aber nicht sein Bedürfnis ist. Adam und Eva fielen in eine Falle, Eva besonders wegen der Erkenntnis, sie sagt, okay, ich will etwas wissen, was Gott gesagt hat, dieses Wissen wird dem nichts helfen, dieses Wissen ist nichts, was dich emporhebt, wir können ja nur die Nachrichten nehmen, das ist kein Wissen, das uns erhebt, aber alle Menschen schauen sich an oder die meisten davon nicht, weil ich schaue sie mir nicht an, weil es keine Erkenntnis ist, die mich vorwärts ist eine Anti-Erkenntnis, es ist eine Unkenntnis, der Teufel schmeißt Bücher auf den Markt, die verkündigen alles Unkenntnis, eine sogenannte Erkenntnis, die zur Unkenntnis führt, die den Geist nicht befriedigen, ihm nicht dauerhafte Freude geben, die spekulativen Dinge, schaut, sie beginnt das Kapitel, in dem sie schreibt, die Neigung den menschlichen Verstand über seinen wahren Wert und seine richtige Sphäre zu erheben, ist eines der größten Übel, der Verstand, weil wir denken, wir sind jemand, der wir nicht sind, wir erheben ihn in eine Sphäre wo er nicht hingehört, welche das Verlangen nach Erkenntnis und die wissenschaftlichen Forschung begleitet. Das heißt, unser Verlangen nach Erkenntnis ist heute spekulative Art. Wir wollen mit unserem menschlichen Verstand über seinen wahren Wert und seine richtige Sphäre erheben. Viele versuchen es, dem Schöpfer und seine Werke nach ihren eigenen Unvollkommenen in wissenschaftlichen Kenntnissen zu beurteilen. Sie bemühen sich, die Natur einmal, die Eigenschaften und Vorzüge Gottes zu bestimmen und schwelgen in spekulativen Theorien betreffend des unendlichen Gottes. Wenn es eine spekulative Theorie gibt, die um Gott sich dreht, dann ist es, dass man Gott als Wesen erfassen kann. Dass man denkt, man kann wissen, wie viele Personen er ist. Dass man denkt, man kann wissen, welche Art er ist. Das ist Anmaßung. Das ist pures Verlassen des menschlichen Sphäre, des menschlichen Verstandes, des Wertes, den ihm Gott gegeben hat. Der Mensch gefällt es, sich außerhalb dem zu bewegen, was Gott ihm als Fähigkeit gegeben hat, wie er verstehen kann. Was ihm nutzt, alles ist da. Der Garten ist voller Bäume, voller Erkenntnis, alles der Natur. Aber es gibt eine Erkenntnis, die ist ein Fluch für unseren Geist. Und wenn jetzt diese Erkenntnis der Geist haben will, dann verliert er sich und gewinnt sozusagen nur Spekulation, weil es ist ja keine wahre Erkenntnis. Es ist nicht eine Erkenntnis, die von Gott kommt. So bemühen sie sich die Natur, die Eigenschaften und Vorzüge Gottes zu bestimmen. Die Leute denken, sie wissen, wie Gott ist, in wie Personen er lebt. Oder sie wollen wissen. und eine Doktrin über ihn machen. Sie bemühen sich die Natur, die Eigenschaften und Vorzüge Gottes zu bestimmen und schwelgen in spekulativen Theorien betreffs des unendlichen Gottes. Wenn Gott unendlich ist, ich bin endlich und ich möchte nicht in eine Sphäre hineintreten mit meinem Verstand, die nicht für meinen Verstand gemacht wurde. Ich möchte dort bleiben bei der Erkenntnis, die mich praktisch, die mir eine Freude bereitet, die ich fassen kann, die ich nicht nur aufgrund der Imagination meines Geistes erkenne. alle, die sich mit solcherlei Studium abgeben, begeben sich auf verbotenen Grund. Ich möchte dies als Warnung sagen, für alle Menschen, alle Gläubigen, sie gehen in ihren Doktrinen, nicht in das, was wirklich zählt, nicht in das, was wirklich fassbar, begreifbar ist für den Menschen. Sie wollen darüber hinaus. Dass wir nach Erkenntnis streben, ist klar, aber nach einer Erkenntnis, die uns, die von Gott kommt, die uns weiterhilft, nicht nach einer, die praktisch Null Wert hat, aber Unwohlsein, Krieg und Streit untereinander vollbringt. Wenn Menschen heute ihren Glauben auf Doktrinen setzen, die Gott versuchen zu fassen oder zu beschreiben oder ihm ein Limit zu setzen, die tun das, was des Teufels werkes ist. Sie begeben sich. Alle, die sich solcher Forschungen, alle solches Studium abgeben, begeben sich auf verbotenen Grund. Ihre Forschungen werden keine wertvollen Erfolge zeigen und ihnen obzuliegen gefährdet nur das eigene Seelenheil. Ich hoffe, das ist deutlich, wie es nur deutlich sein kann. Der Mensch muss seine Grenze kennen und er muss wissen, was ist Erkenntnis, die Gewinn bringt und welches ist die Erkenntnis, die Verlust bringt. Satan ist ein Künstler, er kann den Menschen packen mit seinem Bedürfnis, während er ihm etwas anbietet, was ein Antibedürfnis ist. Das ist grotesk, dass Adam und Eva sich nach Luzi verrichten, dass sie ihr Vertrauen von Gott weg nehmen und nicht mehr von ihm nehmen, sondern ihr Vertrauen nehmen von Gott und essen die Frucht ist rein irrational, aber sie tun es, weil sie auf die Schlange vertrauen, weil sie einer Lüge vertrauen, weil sie einer Erkenntnis nachstehen wollen, für die sie nicht gemacht worden sind. Hier trennt sich Adam und Eva von Gott, weil sie nehmen von der Schlange und essen. Ihre Entscheidungen sind falsch. Deshalb habe ich sie versucht, mit einer anderen Farbe klarzumachen. Sie essen, aber ihr Essen ist eine Folge ihres Misstrauens auf Gott. Satan hat das inszenuiert, das hat er ihnen vorgegaukt. Sondern Gott weiß. Das heißt, Gott enthält dir die Luxusklasse vor und gibt dich in die Economy Klasse. Dann, wenn Gott dich in die Economy Klasse tut und dir die Luxusklasse vor enthält, dann kannst du Gott nicht vertrauen. Dann musst du doch in die Luxusklasse gehen, weil für die wurde es so gemacht. Aber Satan bietet dir die Luxusklasse an, während sie die Economy Klasse ist. Und das ist das Problem des Menschen. Das ist das, wo der Mensch Vertrauen lernen muss auf Gott, dass ihm Gott immer die Luxusklasse anbietet. Nie, nie, nie die Economy. Weil er hat uns für den Luxus kümmert. Schaut euch doch den Himmel an. Schaut euch, was hat er verheißen denen, die da überwinden sein werden. Was werden die Überwinder ererben? Irgendeine Hütte aus Holz? Irgendetwas, was nicht attraktiv ist, was wertlos ist oder nicht den höchsten Wert hat? Da steht es doch. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen, Offenbarung 21. Und dann sieht ab Vers 9 und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen voll hatten des letzten sieben Plagen und redete mit mir und sprach komm, ich will dir das die Frau zeigen, die Braut des Lammes und er führte mich hin im Geiste und einen großen und hohen Berge und zeigte mir die die hatte die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht war gleich dem aller edelsten Stein einem hellen Jaspis und hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben nämlich der zwölf Geschlechter der Kinder Israel von Morgen und so weiter da sind die Mauern und er beschreibt jetzt wie die Stadt ist und wie groß ist und so weiter und Vers 19 18 und der Bau ihrer Mauer war von Jaspis und die Stadt von lauterem Gold gleich dem reinen Glase durchsichtiges Gold und der Bau ihrer Mauer war von Jaspis und die Stadt von lauterem Gold gleich dem reinen Glase und die Gründe der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen der erste Grund war ein Jaspis der andere ein Saphir der dritte ein Chalcedonie der vierte ein Smaragd der fünfte ein Sardonyx der sechste ein Saner der siebte ein Kyloflith der achte ein Beryl der neunte ein Topas der zehnte ein Chrysophorus der elfte ein Hyazinth der zwölfte ein Amethyst das ist Luxus das ist die Luxusklasse die Gott allen Menschen anbietet das ist die Luxusklasse es ist nicht etwas wertloses was Gott dem Menschen gibt alles wofür er uns gemacht hat ist wertvoll unsere Augen unsere Ohren unsere Haut unsere Nase unser Mund soll es aufnehmen und dem Geiste zuführen über die Hirnrinde und der Geist soll es genießen in den vollen Zügen die grundsätzliche Veränderung des Gewinns und Verlusts im Herzen des Menschen durch die Sünde jetzt ist nicht mehr geben und nicht geben Gewinn sondern jetzt ist bekommen oder nicht bekommen Gewinn oder Verlust und damit ist der Mensch nicht mehr ein Haushalter Gottes damit kann er nicht mehr erfüllen wozu er gemacht worden ist weil Gewinn ist bekommen dann wird aus einem Mittel ein Zweck dann ist Liebe und Gerechtigkeit nicht mehr etwas was ich umsetzen soll was ich behalten soll dann ist Wasser und Nahrung ein Zweck dann lebe ich um Essen und Trinken dann sind die Werkzeuge das Auto das Haus sind ein Mittel das mir Gott gegeben hat um festzuhalten weil es wird zum Zweck die Beziehungen die Frau die Mutter die Kinder sie werden zum Zweck dabei sind sie nur Mittel Appetit Leidenschaft Sexualität wird zum Zentrum das Leben selbst wird für uns jetzt das wichtigste aber alle diese Dinge meine Lieben inklusive Gott selbst das Bedürfnis haben wir nicht um es zu behalten wir haben es nicht um es zu sammeln wir haben es nicht um es festzuhalten wir haben es um es zu geben es ist nicht für uns gedacht die Ehe ich genieße sie aber ich hab sie nicht für mich ich hab sie um sie um zu ich hab das Leben nicht damit ich es behalte sondern dass ich es gebe auch die Beziehung zum Schöpfer zu Gott wird zum Zweck wo sie doch nur ein Mittel ist die grösste Versuchung der Endzeit wird es sein dass man die Beziehung zu Gott als Zweck dahinstellt und damit wird der Mensch verführt und damit kann er den Zweck wofür er gemacht wurde nie mehr erfüllen sieht doch ganz gut aus Gott als Zweck zu sehen oder nicht gerade für den religiösen Menschen oh alles auf Gott poliert nein es ist genau antigöttlich weil Gott hat sich nicht gemacht für uns als Zweck sondern er hat sich für uns als Mittel gemacht Adam und Eva sollte aus dem Mittel Gott nehmen und der Welt weitergeben dafür hat er sie gemacht aber wer zu Gott geht um festzuhalten um das was ihm Gott gibt ob es seine Frau ist sein Mann sein Kind sein Nahrungsmittel die Liebe die Gerechtigkeit alles was dir Gott gegeben hat wenn du es für dich behältst dann bist du auf dem Holzweg dann kannst du nie ein Haushalter sein dann siehst du willst und nimmst und behältst dann nimmst du nicht damit du es gibst dann nutzt du nicht die Luxusklasse um Gottes Werk zu tun sondern du nutzt sie für dich und damit wird sie zum Bösen und zum Übel und damit kann niemand Gottes Diener sein ich lese es nochmal weil es so schön ist Lukas Kapitel 14 so jemand zu mir kommt Vers 26 und hasst nicht seinen Vater Mutter Weib Kinder Brüder Schwestern und dazu sein Eigenleben der kann nicht mein Jünger sein also auch ein jeglicher unter euch der nicht absagt allem das er hat kann nicht mein Jünger sein das heißt niemand wenn er nicht versteht den eigenen Zustand wenn er nicht versteht dass die Mittel die ihm Gott gegeben hat nicht für ihn gedacht sind sondern zum Umsetzen damit das Leben weitergeht wenn wir das nicht verstanden haben dann können wir nie Haushalter sein wir können nie Jünger Jesus sein und die Christenheit heute ist leider keine Jüngerschaft keine Haushalterschaft Jesu weil sie tun genau diese zwei Sachen sie machen Gott zum Zweck und sie machen die Mittel die Gott gegeben hat um sie zu festzuhalten sie leben nur für sich behalten sammeln festhalten das Ziel für die Erde da zu sein das Ziel ein Haushalter zu sein das Ziel sich hinzugeben für die anderen ist nicht mehr erreichbar so brauchen wir eine Lösung damit wir dieses Ziel erreichen dass wir wirkliche Haushalter werden in Gottes Werk Amen